So Leute, willkommen zurück zu Jump Force. Wir haben im letzten Part Ruffy und hier Goku geholfen. Jetzt müssen wir aber in unsere nächste Mission rein und drücken wir falsch. Und da geht es um Konoha. Wer war nochmal von Konoha, der Bösewicht, der hier ist? Schon wieder vergessen. Madara ist noch nicht drin, der soll aber glaube ich auch noch kommen. Ich habe gerade keine Ahnung, wer ist denn von Naruto oder Bösewicht? Das ist nicht Robito, das ist nicht Madara, Kabuto ist es auch nicht, Horishimaru ist es auch nicht. Ach, Kaguya, natürlich. Kanzler ist fertig. Du bist ja bald gekommen. Es war sehr schnell. Wir warten. Wir warten. Aber wenn wir diese drei, dann haben wir es. Das ist ein Schuss. Der Kanzler ist ein Schuss. Das ist eine Schuss. Schuss ist ein Schuss. Schuss ist ein Schuss. Ich habe nur eine Schuss. Ich habe keine Schuss, die ich selbst in meinem Gesicht verlieben. Ich habe keine Schuss. Kama, Narani. Aber ein bisschen Distanz habe ich damit. Also dann kommst du nicht mit deinen komischen Knochen geschossen. Geh es mir auf den Keks. Eigentlich sollte sie ja super stark sein und sie hat ja eigentlich den Kampf auch nur verloren, weil sie nicht auf ihrer vollständigen Stärke war. Wäre sie bei voller Kraft gewesen, hätte sie wahrscheinlich den Kampf gegen Naruto, Sasuke und Sakura nicht verloren. Oh, da hab ich zu früh weggedrückt. Lass den Dreck. Warum schickt die denn jetzt eine Venoms vor? Ich meine, alleine hättest du wahrscheinlich viel bessere Chancen, aber ich sehe davon, dass ich gegen den Venoms grad total verkacke. Zum Glück muss man das Heer nur einmal machen. Nur einen Kampf. Oh, da. Da hat er sogar geblockt. Da hat er mit einem Blitz-Doppel-Gänger nicht funktioniert. Kleinigkeit für uns. Kleinigkeit. Ja, wir sind jetzt so langsam richtig stark geworden. Genau. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich die ganze Zeit nicht unterstütze. Ich muss mich überlegen, dass ich die ganze Zeit nicht verstehe. Ja, ich bin der Grund der Chakra, aber ich bin der Grund, dass ich mich sehr gut fühle. Du gehst erst mal in die Baselcamp und gehst an den anderen Geheimdienst. Du hast keine Kraft. Wenn du gehen kannst, dann kannst du dir helfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Jetzt Zeit, das ganze wieder zu beenden. Nicht nur verteidigen! Hab ich nicht. So. Tut mir leid, ich kann nicht zulassen, dass du so eine Welt erschaffst. Nicht alle Helden tragen Cape, aber... ... und die Helden in jeder Welt existieren müssen. Und die erkennt man nicht immer sofort, aber... ... es muss sie geben. Und, Leute, ich kann euch sagen, auch in dieser Welt gibt es Helden. Was ist das? Wie ist das jetzt? Wenn du dich nicht verletzt hast... ... und dann gehen wir wieder auf die Welt zu verletzen? Ich... ... ich verletze nicht. Entschuldigung. Ich bin erinnert, wenn ich werde. Ich bin erinnert. Ich bin erinnert. Ich bin erinnert. Ich bin erinnert. Aber... Das war's für heute. Aber ich sag's mal so, wenn Goku hier in Super Saiyan Blue geht, oder sogar... Er wird nicht überstehen. Er wird nicht überstehen. Er wird nicht überstehen. Dann hat da überhaupt keiner ne Chance von denen. Du bist okay, oder? Das ist Heiro. Du bist für jemanden zu retten. Aber... Wie ist das denn? Du bist nur für ihn zu retten. Das war's für mich. Ich habe das Gefühl, dass der Ergebnis in diesem Fall war. Ich habe keine Ahnung. Das stimmt. Du bist so schwer. 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 Gara! Du bist so schwer! Aber... Du bist so schwer. Gara, du bist so schwer. Gara, du bist so schwer! Okay, dann gehen wir! Du bist so schwer! Du bist so schwer. Du bist klar! Du bist damit. Sie sein! Kain Park! Mein力 hat zu Wutt matches Tigr! Untel Το-2-2. Vertrehte Gefolgschaft, okay. Ja, dabei sind wir doch schon so viel stärker geworden. Müssen wir noch so extrem viel draufkriegen? Oh, Kapitel 7, Schöpfung. Hatte er ja keine Nase, jetzt wissen wir es. Lord Voldemort ist ja eigentlich derjenige, der hinter allem steht. Aber es scheint ja wirklich nicht Cain zu sein. Und sie scheint ja Cain auch nur zu manipulieren. Also da steigt ja noch jemand Schlimmeres dahinter zu stecken. Aber es ist sehr schwer, dass die Venebäude in den verschiedenen Ländern die Venebäude veröffentlicht haben. Und da sind die Venebäude verletzt, dass die Venebäude verletzt werden. Und da sind die Venebäude, Ralf, Luffy und Ralf und Luffy sehr großartig. Die Venebäude verletzt werden viel weiterentwickelt. Kain, das Ziel ist, dass die Welt der Verkauf. Das Ziel ist, dass wir eine Cosmik-Cube haben. Das Ziel ist es, dass wir etwas machen. Wenn wir die Zeit langsamer, dann wird das Spiel nicht möglich sein. Das ist das Ziel. Wir sehen uns, dass wir die Hauptstadt, und wir versuchen, die Hauptstadt. Wir müssen die Hauptstadt, dass wir die Hauptstadt, Wir haben bereits über die Beobachtung der Beobachtung gewonnen. Während der Beobachtung der Beobachtung wird, wollen wir alle auf die Beobachtung von Venomus verabschieden. Das ist doch so! Du bist so schwer, oder? Erinnern Sie sich! Du hast so viel gegen Enon zu kämpfen! Du bist so! Du wirst noch immer noch stärker sein! Master, gehen wir! Und so eine Vollpotential-Erwacht-Form, das fände ich richtig cool. Dass wir da eben auch was Eigenes hätten. Eine eigene erwachte Form, das wäre super. Aber Leute, es war es mal wieder für heute. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein nettes Kommentar da lasst. Einen Daumen nach oben, über die Sachen freue ich mich immer. Und wir sehen uns dann, wenn es weitergeht mit Jump Force. Bis dann, tschüss.